Hallo, hier ist Marco von Wermobild24. Der nächste Adaptertyp wäre der Poussin PSP Adapter. Hier habe ich die Möglichkeit verschiedene Außendurchmesser für Zielfernrohren zu nutzen und habe hier so Plaste-Einlagen, was so fadlich wiederum überlebt ist. Der wird aufgeschraubt auf das Gerät. Anders wie beim Smart Clip habe ich hier kein Zwischenstück, sondern nur diesen Adapter. Und wie ihr beim Schrauben seht, bewegt sich das hier schon alles etwas. So, ich schraube mir den fest, kann jetzt so das Gerät an sich hoch, runter, noch bewegen und mir so den Bildschirm ausrichten. Habe hier schon die passende Einlage für mein Glas drin. Ich habe ein 56er Glas mit einem 62er Außendurchmesser und könnte jetzt den Adapter einmal so direkt auf meine Waffe setzen, klemme hier den Adapter. Das habe ich mir vorher schon eingestellt und kann mir jetzt das Gerät ausrichten und nachdem ich es ausgerichtet habe, schraube ich es mit diesen beiden Schrauben fest.